Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zu Daylight Survivor. Ich habe schon gesehen wir spielen gegen eine Trätsche. Oh und die kommt schon. So, ich spiele heute mit Elodie. Okay, dann gehe ich mal woanders hin. Dann bin ich mal leer Energie. Das muss ich nämlich jetzt machen. Da oben. Da runter. Hi, Mac. Ich komme dir zu Hilfe. Mach einfach mit. So. Ich habe keine Ahnung. Oh toll, ich habe ein Haar im Mund. Genau, leer Energie sammelt 25 Einheiten für diese Spalte Farbe. Das sollte ich doch hinkriegen. Ich habe trotzdem ein Haar im Mund. Ist das eklig. Genau, wenn ich das raus mache, kommt ein Skillcheck. Das weiß ich. Oh, alles klar. Ich weiß, was er hat. Ich komme. Ich hole dir. Ich hole dir. Habe dir. Soll ich dich heilen? Hallo? Du? Okay, da kommt er schon wieder. Das ist so. Hier ist er. Jetzt hat er sich geburtet. Dann kann ich dich erstmal runterholen. Soll ich dich? Komm her. Ich heil dich. Wir heilen dir. Wir heilen dir. Super schnell. Oh, da willst du hin. Achso, das hätte ich auch machen können. Na? Dann bin ich so blöd hier hoch zu gehen. Oh, da ist es gleich um die Ecke. Ja, jetzt bin ich mit dran. Ich brauche unbedingt so einen Spalt. Habe ich? Ich weiß es nicht, dass es geklappt hat. Er jagt gerade Mech. Hat Mech umgeschmissen. Er wird doch gleich zu mir kommen. Nein. Er wird doch nicht. Was ist der Grund? Er wird doch. Ja, was ist der Grund. Was ist der Grund? Der Grund hat uns nicht so gut gegeben. Er ist vertraut. Das wird ja auch. Der Grund hat uns nicht so gut gemacht. Das ist eine archivität. Ich bin mal weg, die Elf. Wo bist du denn? Hier. Ich habe sie nicht gehört, aber nicht gesehen. Was? Oh, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ich wollte einen großartigen Treffen. Es tut mir leid. So. Na ja, dann versuche ich den jetzt mal Patsch zu machen. Aha, im Boot ist jemand. Am Boot. Also. Komm zu mir. Ich muss dann mal weg hier. Entschuldigung, ich muss mal weg hier. Weg. Was war denn da? Geh doch fort. Ich schmeiß einfach erst mal um. Erst mal umschmeißen, ist ganz gut. Jetzt hat er mich. Ich hole dir da jetzt meine ganze Leerenergie. Hey, doch nicht. Okay. Ja, hol mich runter. Aber da ist doch hier noch eine kleine Decke. Danke. Aua. Entschuldigung. Ja, ist in Ordnung. Hast du meinen Gen? Oh, ja, Gen. Ich muss mal kurz Leerenergie speichern gehen. So. Aber hier ist auch fertig. Oh, das ist schlecht. Wo haben wir denn noch ein Gen? Oh, 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 oh. Ich glaube, wir haben das völlig falsch gemacht. Die sind jetzt alle da drüben. Oh, na gut, da kann ich mal retten. Komm her, ich hab dich. Komm her, komm her. Super schnell mit Sanikasten. Und weg. Okay, die haben den Gen durch. Da will er hinterher. Jetzt hier noch einen Gen finden. Da ist ein Boot, ist noch nicht. Ah, damit ist die weg. Mal hier hochkommen. Ja, wenn ich immer hier bin, kannst du das auch gleich machen, oder? Oh, ja. Oh, ja. So, ich hab einen Spuk preigelassen. Ich suche jetzt noch einen Gen. Hier ist einer. Blödsinn zwei, ja. Entschuldigung. Und weg. Au, 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 au. Oh, den will er haben, okay. Würde ich jetzt an den Gen gehen? Ganz einfach. Ganz einfach. Was ist denn jetzt ausgerechnet, die hier hochkommt? Ich glaube, es ist auch gleich fertig. Ich Parent. Hey! Ich muss dann mal weg hier! Sehr cool. Sehr cool, sehr cool. Sichtlinie durchbrechen, oder wie war das? Geh weg! Null. Macht mir das Tor auf und ihr könntet mich ja dann auch mal holen. Oder ich bleib halt hängen. Die sind aber alle betetot, wenn sie mich holen. Oh, fuck. Na ja, gut. Aber ihr seid doch tot, wenn ihr mich holt. Seid ihr doof? Geht weg! Nein! Geht raus! Geht los! Äh, wo war das Tor hier? Ach, nein! Ach, nein! Ach, Mann! Mann! Na ja, gut. Schade! Schade! Echt 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 schade!